So, gleich sind die 2 Liter dran, also H14 und man sieht schon die üblichen Verdächtigten, sage ich so, den Klee-BMW, den Borzeck-BMW, den Kramer-Kadett und den Borkowski-Kadett. Und gleich geht's los. Ja, der Wolfram ist da, der macht schöne Fotos. So, dann lassen wir uns überraschen, es wird bestimmt ein tolles Spektakel. Hahaha! Ich kann euch, Olaf. Oh Mann! Oh Mann! Oh Mann! Oh Mann! Wow! 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 So, und los geht's! Okay, der Christian Kramer ist der erste Starter Und hier machen die große Bruma-Vida-Crash Und hier machen die große Bruma-Vida-Crash Und hier machen die große Bruma-Vida-Crash Ja Wolfram, das wäre ein geiles Foto gewesen. Schade, dass du nicht da bist. 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 Ich habe schlechtes Gewissen, aber ich mache die Handschuhe spezial. Schade, dass du nicht da bist. Schade, dass du nicht da bist. So, und das war's für heute. Das war's, der letzte Starter bei Überlitter beziehungsweise Freestyle. Der Wolfgang räumt schon die Pylonen weg. Okay, war eine schöne Veranstaltung. Das Wetter hat gehalten. Es gab nur eine ziemlich heftige Schauer.